ja hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen klartext video dabei geht es um den patch 9.20 ich wurde häufig gefragt im chat und im stream hey karamba was hältst du denn so von patch 29 ja und ich kann euch ganz ehrlich sagen nicht so viel und warum ich davon nicht so viel halte darauf gehen wir jetzt ein ich würde sagen wir fangen als allererstes mal mit meinem liebsten thema an und zwar den neuen jagdpanzern die ins spiel kommen werden die chinesen und ich sage ich das jetzt ganz nett wer braucht sie wer braucht diese scheiß jagdpanzer ich fand die begründung so interessant wo sie gesagt haben ja wir haben auf unsere community und die spielerschaft gehört und wir bringen jetzt die panzer ihr habt auf die community gehört ernsthaft also mal bitte wir hatten mit patch 9 19 sehr viele youtuber sehr viele von der community gesagt macht das nicht mit den rank battles macht das nicht mit dem zubehör in der form was passiert es ist genauso gekommen da habe ich viele leute schreien hören viele sehr 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 viele da ist gar nichts passiert jetzt kommt so ein chinesischer tech tree keine sau eigentlich den braucht ich habe keine einzige sau danach irgendwo verlangen sehen ich habe im chat stream keinen gehört ich habe auf meiner webseite keinen gehört ich habe nicht großartig im forum was dazu gelesen also effektiv gesehen hat gab es diese jahre diese chinesischen tech tree das hat man so mitbekommen aber es war halt so eigentlich egal jedem was eigentlich egal aber ihr sagt wir hören auf unsere community und deswegen kriegen jetzt die panzer genau so sieht es aus also davon halte ich schon mal nicht viel und kommen wir dann zur nächsten wichtigen sache dies bei world of tanks patch 29 gibt die grand battles oder die großen gefecht oder wie auch immer man sie nennen will erst mal schon ein neuer modus der kein neuer modus ist weil es ein ganz normales standard gefecht ist den man über ein menü im spiel auswählen kann und dann eine chance von was habe ich gehört ich glaube 30 prozent sind es dass man den bekommt das heißt ich wenn ich sage ich habe bock darauf dann kann ich gar nicht bewusst spielen sondern ich muss mich vom matchmaker führen lassen und da wissen wir doch alle schon matchmaker und thema karten das klappt nicht so ganz gut also von dem her finde ich das schon mal per se nicht toll und dann bevor ich jetzt hier großartig das jetzt auf irgendwie lang ausführe das ist das gleiche wie immer das ist jetzt 30 gegen 30 vorher war es 15 gegen 15 aber wo ist jetzt da der impact das ist exakt das gleiche ding ihr hattet den geilen modus mit dem frontlines modus ich hoffe auch in ständig dass der noch weitergeführt wird und dass der irgendwo mal jetzt bald rauskommt aber 30 gegen 30 gefechtet zu machen wenn ich der einzige der es nicht versteht vielleicht bin ich auch der einzige der es nicht braucht weil gefühlt ist es bei 15 gegen 15 teilweise schon so unfassbar eindimensional sag ich mal von der form von der karte her und das ist ja das nächste die karte ist zwar schön groß aber sie hat wieder genau ihre klassische auftankung es gibt eine stadt für die heavys es gibt ein großes feld für für die mediums und lights und es gibt ein paar bäume wo ich mich hinten reinstellen kann für die tds da ist aber keinem geholfen das ist effektiv gesehen genau das gleiche wie immer nur mit mehr panzern und das ist doch kann doch jetzt nicht der große entwicklungsschritt sein also bitte da müsst ihr schon mehr euch einfallen lassen als dass er sagt wir haben jetzt 30 gegen 30 gefechte ganz neues spiel ganz neues spiel das ist doch bullshit also von dem her da muss auf jeden fall was anderes kommen wie gesagt ich kann da nur appellieren bitte bringt endlich den frontlines modus weil das ist ein modus der ist geil der hat potenzial und der bringt für mich world of tanks wieder auf ein anderes level aber das ja was natürlich wieder nicht fehlen darf sind hd modelle ganz ehrlich ich finde hd modelle kein problem finde ich cool wenn sie kommen aber macht für mich jetzt kein patch aus aus dem waren es jetzt hd modelle für zwölf panzer wo ich gesagt habe ich glaube davon habe ich kein einzigen oder vielleicht doch noch minimal wirklich zocken durch davon kein also von dem her hd modelle muss es geben klar gehört zum patch irgendwo dazu aber für mich jetzt nicht essentiell deswegen sage ich hd modelle ja sind dabei wenn es euch euren eigenen teil ja und last but not least auf die themen die ich jetzt eingehe sind die panzer verbesserung oder panzer anpassungen sagen wir einmal eher weil ohne da jetzt der verschwörungstheoretiker sein zu wollen aber die eh schon recht gut guten russischen panzer gerade im medium bereich die sehr viel und sehr gerne gespielt werden werden noch mal verbessert ja da gibt es jetzt oben türme die sind gefühlt gar nicht mehr durchschlagbar ist total schwierig und eigentlich fast gar nicht mehr machbar und das war jetzt kein panzer wo man früher gesagt hat so mhm ja da müssen wir aber definitiv nachbessern weil der ist nicht so gut totaler quatsch also bitte was ist denn da los und bei den deutschen werden drei panzer angetastet sag ich mal wobei bei mäusen gar nichts verändert wird die maus wird reduziert und der jagdtiger so what also mal ernsthaft es gibt viele panzer anpassungen aber warum muss der deutsche panzer und da gibt es viele beispiele ob es die 50 ist oder was weiß ich wie sie nicht alle heißen die man wirklich meines achtens noch etwas verbessern könnte ohne dass man jetzt die game balance raus bringt nein man nimmt eh schon gute panzer und verbessert die nochmal gut damit alles in allem sag ich patch 29 ist ein patch den es für mich nicht gebraucht hätte da hätte man die entwicklungszeit echt anders gestalten können und die manpower anders nutzen können ich hoffe dass der nächste patch dann wieder etwas besser ist und mir auch wieder mehr zusagt aber mit patch 29 machen sie ein alcaramba nicht glücklich ihr könnt mir aber gern die kommentare voll spammen was ihr so von dem patch haltet und was eure meinung dazu ist also lasst es mich wissen lasst es auch wargaming in der form dann damit mit den kommentaren wissen was ihr denkt und vielleicht was ihr eher als notwendig erachtet seht als die sachen die da jetzt dabei sind ich sag vielen dank für die aufmerksamkeit bis zum nächsten mal euer alcaramba bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal